Again, let's play this madness on normal. Mann von Shikadi. Haben sie das alles schon gesehen? Shikadi boy. Kannst du das noch mal sehen? Vor allem wisst ihr, wie lange es hier ist, als ich das Spiel komplett normal gespielt habe? Is the secret still here? Is there a way to... Dann halt nicht! The movement on the world map is quite different. I'm scared. I'm always scared to play something that might have been changed or something completely new. Damn, damn, damn! Ja, ne? Also, wie viel haben wir? Mein erstes Commander-Keen-Let's-Play, das muss Ende 2012 gewesen sein. Okay. Since over two years I haven't been here. In this area part. But I still wanna know what Shemi did change. Yo-ho, my friend! Oh! So, what? Da ist ja ein Haus. Aber das ist nur Level. Ah! Okay, ich geh! Ich geh! Ich geh! Okay, ich geh nicht! Mein Mann... Ja... Puh... Beste Bezeichnungen... Puh... Es geht. Langsam kriegt er einfach schlechte Laune. Schaut, dass man nicht reingehen kann! Was ist das? Was? Why can I not enter those? Oh! It's easier to get this... here done. By that. But that's it. Kann man da auch nicht rein? Yay! Sie sagt yay, aber es geht nicht. Ich hab Angst. Wieso komm ich da nicht rein? Hast du dir das angesehen, Tomita? Hast du... Da merkt man eigentlich... Oh! Die Pattern ist ja auch komplett anders. Da merkt man auch eigentlich, wie introvertiert ich damals war. Ich hab nichts gemacht. Ich hab mich nämlich nicht mehr... Also ja, es tut mir leid, aber ich erinnere mich nicht mehr so... Wirklich, wie das vor 10 Jahren war. Waaah... Waaay... Okay... Er hat die Keys hier in diesem Level geändert. Deswegen geh ich mal überall rum. Ja und panicke mal Und gucke mir mal an Er hat nämlich hier Statt dem Grünen Den Blauen hingepackt Da, da ist der Blaue Statt der Grünen What is she doing Nonsense, I guess I don't know I don't know Vincent Einfach klar und deutlich Da ist der Grüne Joho Es macht mir alles Angst Die Pattern ist anders Die Keys sind anders Hilfe Okay, die hat er zumindest gleich gelassen Okay Okay Mann von Shika Das wäre eine absolute Umplanung Des kompletten Geschehens In Bezug auf dieses Spiel Was habe ich jetzt aufgehoben? Okay Eigentlich ist gar nichts okay Wo ist eigentlich der Bluebird? Ist der auf normal nicht da? Warte, was ändert denn das Wenn der Blaue Key Was ist das? Spreng Was habe ich jetzt aufgehoben? Grün. Eigentlich ändert es gar nichts. Hilfe! Auf so einer ganz extremen Framebasis merke ich, es gibt so ein bisschen Leckerei. La 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 la. Ich habe auch Angst. Oh, ich habe irgendwas. Wow. Oh. 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 Okay, he did fix that secret here, maybe? Somehow? Oder war das schon so? Das sind so Stellen in dem Spiel, wo ich überhaupt nie gewesen bin. I've never been here before. Es gibt auch Secrets hier in diesem Spiel, von denen niemand weiß. Was? Weil sich auch irgendwie niemand hier die Mühe macht, überhaupt hier hinzukommen. Okay, das geht glaube ich so nicht, oder? Ich glaube, das geht nur, wenn man... Nee, nochmal. Wie kommt man denn da hin? Wie war das? Lel. So war das. Lel. Ja, Kura, weil das ein Level voll von Secrets. Also ist das ein Level voll von Secrets. ... Es ist nur weil wir nie spielen... Wow! Wir nie spielen das... ... als ein volles Spiel. Wir spielen nur Speedrun... ... und DIE! Wir fahren Yep! Oh ähm ... Oh die ... die ... Leute ... curedid ... Tan, nummer ... Mann von Sheikah. Haben sie das schon gespielt? Vermutlich nicht. Wow. Sonst hätte ich sie jetzt gefragt, dass sie mir helfen. Vielmehr zu diesen zugemachten Leveln kommt. Weil in die konnte ich irgendwie nicht rein oder habe ich mich irgendwie, ich weiß auch nicht, doof angestellt? Ich kann dir nicht helfen. Toll. Ohne Witz muss ich gleich mit dem Speichern beginnen. Sind wir wirklich schon soweit? Dann hört auf, Langzeitstudenten zu sein. Kann man definiert, wenn jemand als Langzeitstudenten ist? Ich weiß nicht, wenn er trotz Möglichkeit einen Beruf auszuüben mit dem, was er erlernt hat, er es trotzdem nicht macht, weil er dauernd irgendwas dazulernt mit der Intention, sich einfach von der Arbeit zu drücken. Ich weiß nicht, kann man das so irgendwie? Ich weiß nicht, kann man das so irgendwie? Ich weiß nicht, kann man das so irgendwie? Let's play this. Chasing off chills. Chasing off chills. Schasing off chills. Das weirdste Sache ist, Ich kann nur ein bisschen erinnern, den Speedrun-Path. Oh mein Gott, ich bin da. Wo bleiben die Vögel? Ab einem gewissen Moment springt man nach oben bei einem Speedrun und spart sich diese dummen Plattformen hier. Aber das ist, glaube ich, erst hier. Jo! Nein! Da! Okay, that's it. Und was ist hier? Wieso komme ich hier nicht rein? Oh, wow! Wie war das? Prinzei Lenses? Oh, bleib stehen! Can I enter this? Woah! Woah! So. You can actually skip this area if you jump on those houses. Yo! Sluggy! Ich werde angesteint. Okay I'll play the same thing. Was passiert hier? Ich hab das Level nicht mehr im Kopf. Das Eis, verdammt. Mann, du verdammte. Mann, du verdammt. Mann, du verdammt. Mann, du verdammt. Mann, du verdammt. Wir wollen ja Ordnung hinterlassen. Yo, was war denn das? Ja! Ich dachte eigentlich, hier müsste ein Arachnott sein. Baha! Es war was Schlimmeres da als ein Arachnott. Baha! Ich denke, hier ist ein Arachnott. Echt, wer spielt denn den Indiana Jones? Oh nein, sie hat vor den Schalter gekackt. What? It's madness. It's madness. No. Alles klar, Mr. Tomete. Bis dann. Du, du, du.